Durchgefahren, außer wann höchstens drei Zentimeter Platz, dann muss ich wieder rudern. Hier die Brücke rüber. Also mit dem Kajak ist sowieso machbar, aber mit dem Schlafboot hier eher nicht. Eine kleine Fahrt hier. Schauen Sie, was das da ist. Von der Ise aber schön. Aber machbar ist es. Ist überhaupt kein Problem eigentlich. Selbst wenn man oben anstoßt, dann muss man wieder zurückschieben. Wieder aufstehen vielleicht. Man sieht es ja von der Höhe. Aber jetzt ist es ganz schön hier. Sie schauen alle, wir gehen jetzt auch noch alle zum Fußballspiel. Deutschland gegen Dänemark. So zu spüren. Oh, jetzt ist da vorne einmal jemand da steig aus. Ich bin ein Hund oder so. Na ja, ich auch. Ich muss jetzt da hinten raus, auf der rechten Seite. Aber es ist richtig schön und gemütlich. Die Bäume außen. Das Wasser ist auch tief genug, weil das Schlafboot hat überhaupt keinen Tiefgang hier. Das ist bloß schade, dass man nicht weiß, wie in der Höhe ein Weg ist. Da hinten ist irgendwas. Da fahr ich lieber in Witte denn. Da vorne ist unser Rechtsanwälte. Zwei Milliarden der Brücke durch. Die andere war auch sehr knapp. Aber die hier. Die ist ja easy. Das Blöde bloß da vorne ist so ein Wehr. Ich muss jetzt schauen, dass ich vorher rauskomme. Mit dem Wehr. Oh, was ist das? Ein Pfiff. Oh, da vorne auch. Jetzt schauen wir mal, ob wir da rauskommen. Jetzt geht ja doch eine Strömung hier. Da müssen wir dann schon schauen, dass wir nicht da unten reinkommen. Das wäre nicht so gut. Jetzt muss ich Schluss machen.